Jetzt sind wir Ketchup-Mann und Mario-Mann. Du bist der Salat-Verkäufer. Nicht sehr aus wie so ein Pommes-Verkäufer. Ja. Ja, Achtung, Achtung, komm, komm. Oh, schwer durch die Lava, schnell, schnell, schnell. Luigi! Ganz gefährlich. Fosse, fosse, fosse. Uiuiuiui. Wo fährst du hin? Nee, dann sag's bitte lieber nicht. Ja, guck mal, so viel zum Thema Eismann. Guck mal, was ist denn das hier? Guck mal, weg hier, bäh. Vor allem, wo müssen wir eigentlich hin? Da waren jetzt 15 Türen. Oh, 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 Geister, Geister, schnell, schnell. Renn, renn, renn doch, renn doch. Ich renne. Los, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, zurück, zurück, zurück. Zeit für Mario Kart. Einig, hörst du doch mal. Ah.